Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn heute geht es um RTX bzw. Raytracing. Ich habe in letzter Zeit vermehrt die Frage gehört, was ist denn eigentlich genau dieses Raytracing und wie funktioniert es? Zunächst einmal wollen wir uns angucken, wofür wird das Ganze eigentlich verwendet und hier hatten wir einen extremen Vorreiter, der eigentlich nicht so mit Grafik viel zu tun hat, nämlich Minecraft. Minecraft hat Raytracing eingeführt, da war es noch sehr, sehr jung und mittlerweile haben das deutlich mehr Spiele eingeführt, aber ich finde bei Minecraft sieht man wirklich den Unterschied einfach gigantisch. Das ist ohne Raytracing und wenn wir dann mit Raytracing angucken, sieht es einfach quasi aus wie ein völlig anderes Spiel. Es ist halt einfach viel, viel geiler, also der Unterschied ist schon gravierend, muss man sagen und ja, deswegen dachte ich mir, Mensch, dazu musst du definitiv mal ein Video machen, denn es wird jetzt immer mehr Raytracing in Spielen kommen und dadurch wird es natürlich auch immer besser aussehende Spiele geben. Ja, also wir haben quasi eine Technik, um bessere Grafik in Spielen zu erstellen und zwar mittels Strahlverfolgung. Raytracing heißt nichts weiter als Strahlverfolgung, genau das wird auch gemacht. Nehmen wir einfach mal an, wir haben mehrere 3D-Objekte in eurer 3D-Welt und wie ihr gerade hier auch sehen könnt, manche liegen vor den anderen. Das seht ihr jetzt auch gerade hier an dem Bildschirm, ja. Wenn ihr zum Beispiel durch eine digitale Welt lauft, dann wird die wirklich als 3D-Welt berechnet, weil die ganzen Berechnungen, die müssen ja realistisch sein, also zum Beispiel die physikalischen Berechnungen, die sind alle wie im echten Leben sozusagen, damit auch ein echtes Spielgefühl auftreten kann. Und deswegen wird das Ganze nicht einfach 2D berechnet und simuliert sozusagen, sondern es wird wirklich 3D berechnet und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Allerdings, was ihr nicht habt, ist wirkliches 3D, 3D, denn ihr habt ja eigentlich kein echtes 3D. Ihr habt ja eigentlich nur einen zweidimensionalen Bildschirm. Es ist ja nicht irgendwie mit einem Hologramm in eurem Raum, sondern ihr habt nur einen zweidimensionalen Bildschirm. Das heißt, alles, was da 3D ist, muss runtergebrochen werden auf quasi eine Zeichnung oder ein Bild oder ein Foto, ja. Und ja, was man da machen kann, da gibt es zwei Techniken und Raytracing ist eben eine davon. Die möchte ich ein bisschen detaillierter hier beschreiben, aber nicht so detailliert, wie man das machen könnte. Wirklich nur so oberflächlich. Und ja, wir haben die Möglichkeit, also wir müssen das Ganze eben, wenn wir es angucken wollen, auf eine Ebene projizieren. Diese Ebene ist euer Bildschirm. Euer Bildschirm besteht aus mehreren Pixeln. Das heißt, erst mal Pixel in die Breite, Pixel in die Höhe. Das wisst ihr höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel 1920 Pixel in die Breite und 1080 Pixel in die Höhe, beziehungsweise 3840 und 2160 in die Höhe sind so die gängigsten Auflösungen. Das ist 1080p oder Full HD und 4K. Das sind die beiden häufigsten Auflösungen heutzutage, würde ich mal behaupten. Und ja, was man jetzt macht, ist folgendes. Man nimmt einfach den Betrachtungspunkt, das heißt die Kamera, wo ist eigentlich die Kamera, also da, wo ungefähr ihr seid, ja, hinter eurem Bildschirm. Und dann schießt man von dort wirklich mit einem Strahl sozusagen durch diesen Pixel durch. Und je nachdem, wie euer Sichtfeld dann ist, seht ihr andere Dinge. Das heißt, im First Person habt ihr natürlich ein anderes Blickfeld als im Third Person. Und im Strategiespiel sowieso nochmal. Und ja, dementsprechend habt ihr dann eben eine, naja, ein Sichtfeld. Und dieses Sichtfeld besteht aus diesen 3D-Objekten, die wir hier gerade auf der rechten Seite modelliert haben. Und jetzt schießt ihr einfach wirklich einen Strahl von eurem Auge hin zu dem jeweiligen 3D-Objekt, beziehungsweise einfach durch jeden Pixel durch. Und schaut dann, mit welchem 3D-Objekt wird denn hier eigentlich geschnitten. Das heißt, ihr macht einen ganzen, ganzen Haufen Schnitttests und guckt mal, ja, wo komme ich denn eigentlich raus. So, und das Tolle ist jetzt, wir wollen natürlich hier nicht nur einfache Schnitttests machen, das wäre relativ banal, würde ich mal so behaupten, sondern es gibt auch noch erweiterte Verfahren sozusagen. Und da glänzt dann Raytracing einfach wirklich gut raus. Denn es sieht einfach sehr, sehr viel besser aus mit Raytracing, weil wir eben zum Beispiel Sachen wie Reflexionen machen können. Das heißt, wenn wir hier hingucken und einen Strahl auf diesen reflektierenden oder eben spiegelnden Punkt vielleicht sogar geben, dann müssen wir natürlich diesen Strahl in echt, also reflektieren einfach, also sozusagen Einfallswinkel gleich Austrittswinkel und schauen dann, wo trifft das Ding eigentlich auf die Sonne vielleicht. Und ja, so entstehen dann wirklich tolle Lichtmuster sozusagen. Das heißt, wir können zum Beispiel Objekte in der Nachbarschaft oder eben zum Beispiel von der Sonne sehen, die sich dann in unseren Objekten spiegeln oder wir sehen so kleine Lichtpunkte in den 3D-Objekten und dadurch sieht das Ganze einfach nochmal deutlich besser aus, als wenn ihr das einfach weglassen würdet. Dann hättet ihr einfach nur eine flache Oberfläche sozusagen. Das gibt es in manchen Games auch tatsächlich, dass ihr einfach überall dieselbe Oberfläche drauf habt, aber das wäre schon sehr, sehr schade. Natürlich gibt es auch so Sachen wie Schatten oder eben dann Spiegelungen gibt es und so weiter und so fort. Da gibt es einen ganzen, ganzen Haufen. Und das ist quasi der Clou an Raytracing. Ihr verfolgt einfach den Strahl nach einem fetten Berechnungsmuster und könnt dann sagen, hey, okay, das Ding trifft auf die Sonne, das Ding trifft auf einen Baum und so weiter und so fort. Und dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, Spiegel zu simulieren und Spiegel, die auf Spiegel zeigen und so weiter und so fort. Und dadurch wird die Grafik sehr, sehr viel geiler. So, was ist denn jetzt eigentlich so neu an Raytracing? Raytracing-Grafikkarten gibt es seit 2019. GTX-Grafikkarten waren davor. Und davor hat man eben nicht gesagt, man macht Raytracing, weil, naja, Raytracing ist ziemlich, ziemlich teuer. Bisher hat man einfach gesagt, man macht klassisches Rendering. Und Rendering macht einfach folgendes. Rendering bezeichnet quasi die Alternative zu Raytracing. Also es gibt diese zwei Verfahren, im Endeffekt klassisches Rendering und ein Raytracing. Und beim Rendering habt ihr einfach wirklich die ganzen Objekte, die einfach von hinten nach vorne gezeichnet werden. Das heißt, ihr habt das hinterste Objekt zuerst, zum Beispiel diesen Bären da. Dann habt ihr vorne dran zum Beispiel ein Nashorn. So, das ist einfach das Objekt, was quasi vorne dran steht. Dann habt ihr ein bisschen überdeckend vor diesem Bär und vor diesem Nashorn, habt ihr einen Elefant zum Beispiel. Wobei, die Größen, da reden wir jetzt gerade nicht drüber, ja. Und ganz da vorne habt ihr quasi einfach ein Faultier. So, und dann zeichnet ihr das aber einfach von hinten nach vorne. Ihr zeichnet einfach alles. So, und ja, das ist die andere Technik. Und die ist auch sehr, sehr viel effizienter, auch wenn man sich das so nicht vorstellen kann. Aber die ist tatsächlich schneller zu berechnen. Und dadurch habt ihr mehr Frames in euren Spielen. So, das heißt, ihr könnt schneller zocken. Raytracing war bisher nicht unbedingt fürs Zocken genutzt. Aber Raytracing hat die bessere Qualität. Denn mit Spiegelung und so weiter kann Raytracing natürlich viel, viel besser mithalten, als jetzt zum Beispiel Rendering kann. Weil beim Rendering habt ihr einfach wirklich, jedes Objekt wird für sich selbst berechnet. Während beim Raytracing habt ihr einfach die komplette Szene fertig. Und könnt dann Strahlen schießen. Und die sind dann, oder die können dann eben auch noch die anderen Objekte mit einberechnen, die schon da sind. Die sind quasi wirklich alle gleichzeitig in dieser Ebene drin. Beim Rendering habt ihr halt wirklich eins nach dem anderen wird gezeichnet. Und deswegen sieht einfach Raytracing meistens sehr viel besser aus als Renderings. Genau. Oder halt klassische Renderings. Man bezeichnet auch manchmal Raytracing als Renderings. Das ist ein bisschen schwierig, was man da für eine Bezeichnung verwendet. So, und jetzt haben wir natürlich das neue RTX-Modul auf den Grafikkarten. Das heißt, wir können jetzt effizienter, schneller und tatsächlich sogar in großen Teilen in Echtzeit Raytracing betreiben in Games. Das heißt, das ist natürlich jetzt für Gamer absolut fantastisch. Weil, ja, jetzt können wir endlich Raytracing in Spielen auch sehen. Und den Unterschied habt ihr gerade gesehen in Minecraft zum Beispiel. Bisher gab es Raytracing tatsächlich nur bei Filmen. Und wenn wir uns hier mal das Beispiel Avatar angucken, dann wurden hier tatsächlich 4352 PCs verwendet. Insgesamt fast 35.000 CPU-Kerne. Wenn man es runtergebrochen hätte auf wirklich nur einen PC, dann wäre der 100 Millionen Stunden am Rendern gewesen. Das ist alles andere als Echtzeit für einen Film, der unter drei Stunden geht. Und deswegen natürlich für Zocker überhaupt nicht geeignet. Weil da muss wirklich ein Frame, darf nur eine Dreißigstel oder vielleicht sogar eine Sechzigstel. Oder wenn ihr es wirklich schnell haben wollt, eine 120 Sekunde brauchen, bis er fertig ist. Hier hat teilweise ein Frame, also ein Bild, wirklich mehrere Stunden gerechnet. Und das ist absolut nicht Echtzeit. Aber ja, mittlerweile gibt es eben dieses RTX-Modul und dadurch kann man ein paar Strahlen zumindest mal schicken. Und ja, bei Raytracing ist natürlich je mehr Strahlen, desto geiler ist die Qualität. Man trickst aber trotzdem noch haufenweise rum, um ein bisschen Leistung zu sparen, um das Ganze effizienter zu machen. Und deswegen nutzen eigentlich Minecraft und Co., also alle die Spiele, die eigentlich hauptsächlich Raytracing jetzt mittlerweile verwenden, nutzen nicht überall Raytracing, sondern nur für einen Teil. Also zum Beispiel für Licht und Schatten oder für Reflexionen. Nicht eben für alles. Also ihr zeichnet dann trotzdem noch die Szene eins nach dem anderen. Und manchmal habt ihr eben zum Beispiel die Lichtstrahlen, die dann eben nochmal zusätzlich berechnet werden. Mit Raytracing kann man nämlich sehr, sehr flexibel auch machen, also sehr, sehr flexible Dinge machen. Zum Beispiel kann man auch sagen, man schießt nicht von der Kamera aus, sondern man schießt von der Sonne aus die Strahlen. All diese Dinge kann man natürlich dann trotzdem auch noch reinbauen. Und dadurch ist das Ganze wirklich sehr flexibel und sieht einfach deutlich besser aus. Ja, und das ist es eigentlich auch schon wieder fast von meiner Seite. Die große Frage bleibt jetzt natürlich, werden wir vielleicht bald Grafiken in Spielen sehen, wie sie in Avatar und anderen Hollywood-Filmen zu finden sind. Also wirklich die ganzen gerenderten Szenen, die ihr in Filmen seht, die sind alle mit Raytracing gemacht. Die sind natürlich nicht wie in Spiele-Grafiken gemacht. Und das ist natürlich ein riesiges Ding, wenn wir irgendwann mal solche Sachen hätten, wo wir zocken könnten, dass die aussehen, als wären sie echt. Das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber ja, wir wissen es natürlich nicht, wie weit wir da noch warten oder wie lange wir da noch warten müssen. Aber man bleibt natürlich irgendwie hoffnungsvoll und damit verabschiede ich mich wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.